Da sind wir schon ein paar Stunden über dem Motor Show Essen gelaufen, was sind denn so deine Eindrücke eigentlich? Ein paar Stunden ist, kommt mir vor, als wenn wir gerade erst ja, also auf jeden Fall geht es hier richtig ordentlich ab, auf gut Deutsch, das muss man wirklich sagen, also die hat echt Kunst die Messe, aber ehrlich gesagt würde ich mich jetzt auch gerne mal ein bisschen abseilen und so die echten Männerthemen zum Thema Tuning machen. Ja, mach doch, ich mach das auch, weil ich habe jetzt da gerade die Timu kennengelernt und ich muss dann noch recherchieren zur Corvette, die hier steht bei Henko. Ciao! Sorry, sorry for the German tourists. Thank you, bye! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017